Ah, das ist schön. Jetzt haben wir das geschafft. Der Weg war lang, die Zeit zu kurz. Jetzt steh ich hier im Ziel und frag mich, was will ich hier? Trotzdem ist es genau das gewesen, wofür es sich lohnt zu sterben. Und wofür es sich lohnt zu leben. Zum Schluss kommt ein Kuss, das Böse stirbt, weil es sterben muss. Doch was kommt nach dem Happy Ends, nach all den Dingen, die jeder kennt? Alles ist gut, doch was wird dann? Sind alle glücklich ein Leben lang? Oder was kommt dann? Du küsst so schlecht, ich glaube ich gehe lieber zurück in die Sklaverei. Wohin? Da. Schneller! Wenn jetzt noch ein bisschen nach hinten, sonst bist du aus dem Bild raus. Ja, nein, nein, ich fand nicht, aber auch noch. Ruf nur mal. Schneller! Jetzt sag mal was anderes. Arbeitet schneller! Darf ich mal Idioten sagen? Ja. Ja. Idioten! Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Wollt ihr noch machen? Wollt ihr noch machen? Ja, ein bisschen zurück. Mein Name. Meine Fretze! Alter, wenn! So geht das nicht. Mein Name. Du küsst so schlecht. Scheiße. Und ich habe mir überlegt, mich heute Nacht mal abzuhauen. Willst du mich begleiten? Abhause. Ja, gerne. Lass uns treffen. Mitternacht hier. Okay, wir sehen uns. Wir sehen uns. Was soll ich denn draus sagen? Was war das denn? Hier, mal die beiden gucken. Ja, ich fand. Hallo, Leute. Total schlecht. Oh, das hat gerade ein Auto gekommen. Ich hätte jetzt die langläufe. 3, 2, 1, Action. Such dir jetzt die besten Waffen, ob du sie finden kannst. Schön, echt schön. Ey, du Finder, ey. 3 zu 1, los. Was eine schöne Kamera. Ich werde die Ehre des Herrn nicht rächen. Darfst du nicht auch hoffen. Nicht rächen, ich kann sagen. 3 zu 1. Ich hoffe, du wirst mich nicht enttäuschen. Ich werde die Ehre des Herrn nicht rächen. Ey, warte, warte. Mach nochmal. Yo. Ja, ganz kurz. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Hast du dich neulich beim Gladiatorenkampf besiegt? Ja, ja, das stimmt. Das bin ich. Nein, nochmal. Hör mal auf zu lachen. Los. Hab ich ganz einen. Hallo. Hallo. Scheiße. Und ich wollte wissen, wer du bist. Renn mich um. Alter, mach mir von mir weg, Alter. Ja, ich bin scheinbar. Ja, ich bin scheinbar. Ja, ich bin scheinbar. Moment, ich bin scheinbar. Einmal in die Kamera. Einmal in die Kamera gucken. Hände ich jetzt runter. Ja. Langsam oder auch ganz schnell. Schnell. Ja, andere Seite. Sonst ist die so eine... Stimmt, das sieht man her. Ja, egal. Schnell wie geil, wenn man sieht. Das ist doch nur lustig. Ich mach doch nochmal hier. Und zuck zusammen, Janni. Alles klar. Alles klar. Cyrus. Ich hab nachgedacht. Ich werde doch mit dir spielen. Au, das war aber eine gute Entscheidung. Hör aus, ne?